Wir gehen so viele Wege als Menschen und selten gehen die Wege geradeaus. Wir beim Bau. Das ist gut, wenn auch mal ein Bogen gegangen wird. Das Wichtigste ist, dass man ein gutes Fundament hat, starke Wurzeln, dass man wachsen kann und dass man Früchte trägt. Das wünsche ich Ihnen für Ihren Synodalen Weg. Nehmen Sie ruhig auch mal einen Bogen mit in Kauf, aber wachsen Sie und tragen Sie Früchte. Für uns alle. Für unsere katholische Kirche. Ich wünsche euch Kraft und Standfestigkeit, wie dieser Baum sie hat, für all eure Argumente. Ich wünsche euch Wurzeln, die euch tragen in eurem Glauben. Und ich wünsche euch Zuversicht, dass die neuen Wege zu guten Veränderungen in der Kirche führen. Ohne uns Frauen fehlt die Hälfte der Kirche. Wir brauchen euch, um Mauern zu überwinden. Seifenblasen sind wie bunte Träume. Haltet sie fest, dann werden sie wahr. Wenn sie platzen, beschwere dich nicht, sondern mach einfach neue. Wir unterstützen sie dabei. Die Frauen der KfD Hamburg wünschen einen guten Weg im Dialog mit Schlagkraft und Wumms. Ausruhen ist nicht. Wir brauchen frischen Wind in die Kirche. Frischen Wind, der die Kirche erneuert. Der Kirche neu denkt. Das erhofft sich der KfD-Diözesanverband Osnabrück. Die KfD Mainz wünscht ihnen viel Kraft und Durchhaltevermögen. Fühlen sie sich berufen und frei und bleiben sie sich selber treu. Tiger and Turtle, eine begehbare Achterbahn. Zeichen für einen mühsamen Wandel. Verschlungene Wege, Höhen und Tiefen, auf und ab, rasend schnell und unendlich langsam. Mit diesem Zeichen wünschen wir euch Mut und einen langen Atem für die Erneuerung der Kirche. Ich wünsche dem Synodalen Weg viel Erfolg, denn sonst geht die Kirche irgendwann den Bach runter. Stille ruht der See. So aber sollte Kirche nicht sein. Wir wollen Neuanfänge. Wir Frauen sind Kirche. Ohne uns hat auch der Dom keinen Halt mehr. Danke, dass ihr uns hört und für uns sprecht. Wir wünschen den Mitgliedern des Synodalen Weges, dass die Synode unter einem guten Stern steht. Damit die Frauen in der Kirche eine Stimme erhalten, müssen die Osnabrücker Thesen umgesetzt werden. Bei der Frauenfrage keine kalten Füße bekommen. Weil das gucken. Leuteiram, die sind manchmal communicationen. Ihnen war, es ist schon ein Brunnen, damals ich bin mit denen locale吃. Was ich so gesehen habe, ist die erste Ebene. Ist nicht dann, was ich faudere. Untertitelung des ZDF, 2020